Wieso bin ich Schwarzwaldstolz? Schaut einfach hin, in dieser wunderbaren Region leben zu dürfen. Das ist man einfach nur glücklich. Da ist man ein bisschen stolz, richtig stolz, Schwarzwaldstolz. Ich bin Joachim Prinzbach, ein Schwarzwälder Bub, in der Region geboren, in der Region aufgewachsen. Heute, meine große Liebe, kennengelernt, der Region, geheiratet, zwei wunderbare Kinder, ein Haus gebaut, aus Schwarzwaldholz natürlich. Die Kinder durften da aufwachsen, zur Schule gehen und sind jetzt erwachsen, sind rausgegangen in die Welt. Wir dürfen inzwischen auch ein bisschen reisen, um uns die Welt anzuschauen und sind auch glücklich darüber. Aber noch glücklicher sind wir jedes Mal, wenn wir wieder zurückkommen in diese wunderbare Region und sind dann einfach Schwarzwaldstolz. Schwarzwaldstolz auch, weil ich hier als Vorstand der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwarzwald beruflich tätig sein darf. Wir vermarkten das Holz, das hier im Schwarzwald wächst. Das Holz unserer kommunalen und privaten Waldbesitzer an die Sägewerke in der Region. Und Holz, das nachhaltig hier wächst, holt sein Rohstoff, der CO2-neutral ist. Das macht uns Schwarzwaldstolz. Dann nochmal Schwarzwaldstolz. Weil ich mich kommunalpolitisch einbringen darf. Vor knapp 15 Jahren haben mich die Haslagerinnen in Haslager in den Stadtrat gewählt. In der Zwischenzeit darf ich erster Bürgermeister, Stellvertreter von Haslager sein. Es ist uns gemeinsam hier ein sehr großes Anliegen, nicht nur für Haslager, sondern für die ganze Region, für den Schwarzwald, die Dinge weiterzuentwickeln. Gemeinsame Projekte zu realisieren für die Menschen, die in der Region wohnen. Darauf sind wir Schwarzwaldstolz. Für die Zukunft wünsche ich mir, wünsche ich euch, dass es gelingt, die Balance zu finden zwischen lebenswerter Region und Natur. Die Grundlage für ein glücklich und zufriedenes Leben, dass wir weiterhin gemeinsam Schwarzwaldstolz sein dürfen.